Gut, also, bist du ready? Ja, alle. Gut, alle drei. Warte, nein, nein. Also, was hast du jetzt? Was hast du jetzt? Hoi zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin da mit dem Oli vom Kanal. Oli und Elstin, genau. Und wir machen jetzt zusammen ein Video. Wir machen auch auf seinem Kanal ein Video. Was haben wir denn gemacht? Wir haben blind gezeichnet. Das ist auf jeden Fall ganz wild geworden. Es ist mega lustig geworden. Wir haben es noch nicht gedreht. Aber ist okay. Was machen wir auf meinem Kanal? Wir machen ein Stadtland Plus. Ja. Und zwar nicht einfach nur mit Stadtland Plus. Wir machen viele lustigere Kategorien. Die erste Kategorie ist ein Grund, warum wir die Schule abbrechen. Die zweite Kategorie ist ein Ort, wo wir eine Leiche verstecken. Eine Leicheleiche. Leiche? Ich weiss es auch nicht. Ich sage Leiche. Ich sage Leiche. Drittens ein Verhütungsmittel. Viertens ein Clickbait-Titel. Und zum Schluss ein No-Go beim ersten Date. Es könnte sehr lustig werden. Und ja, ich bin gar nicht so viel Abbrechen. Sondern wir fangen jetzt einfach mal mit dem Video an. Oha, das ist eine Premiere. Ich bin immer noch ein Dichter. Jetzt bin ich. Gut. Let's go! Oha! Du bist wirklich gut. Jetzt habe ich mir vor. Der ist wirklich gut. Oha! Oha! Stopp! F! F! Okay, okay, oh mein Gott. Stopp! Okay, oh mein Gott. Ich habe so dummste geschrieben. Ich auch. Mühe. Okay, was ist dein Schulabbrechengrund? F***ing Lehrer. Oha, das ist eigentlich gut. Ich habe richtig unnötig. Für Schule hat es so dumm. Richtig. Ja, ist gut. Ja, okay. Dann. Und? So ein Leichen verstecken. Fischlastwagen. Die sind ja so... Kennst du nicht die Fischlastwagen? Die sind so... Innen haben sie mega viel Eis. Das ist eigentlich... Damit es kalt bleibt. Und dann... Oha! Smart! Ich habe einfach Fluss. Hey, Scheisse! Oh, ist mir das richtig gefällt. Was ist das für ein Behütungsmittel? Ein Froschtattoo. Was? Ein Froschtattoo. Achso! Und hier sind ein Froschtattoo oder so. Ah, das ist schon recht abgetönt. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ja, vielleicht... Ja, vielleicht... Ja, vielleicht... Na gut, das kann ich gar nicht wüten. Das hat ja... Ist ja wie das nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ah! Ah! Clickbait-Titel. Feel in den See. Ich habe geschrieben F*** im Wald. Die Logo beim ersten Date. Fisch-Mundgeruch. Ja. Ich habe Furze geschrieben. Ach, warum ist das? Das ist mega beissig und gut. Ist eigentlich beides volles No-Go. Ja, ich finde das andere. Nein, das finde ich so. Ja. Du hast selbst auf Fisch-Mundgeruch alles. Zieh dich wieder an. Ich bin ja vor zu fett. Ist das so eine Scheisse? Okay. Ah! Stopp. L. Lol. Stopp. Was? Oha! Okay, ich habe erst zwei. Okay, oha. Schulabbrechgrund. Lust verloren. Oha! Das ist deep. Stopp. Lau. Ich habe geschrieben eine Lehrerin zu heiss. Das ist auch gut. Aber ist das ein Grund zum Schulabbrechen? Eigentlich eher nicht. Aber vielleicht ist sie so heiss. Dass du so... Dass du einfach denkst, das macht keine Sinn. Ja, das macht eigentlich keine Sinn. Also du bist die ganze Zeit abgelenkt und so. Und hast so... Unangenehm beim Sitzen. Weil... Irgend... Irgendetwas wachst. Okay, gut. Orte zum Leichen verstecken? Leichen raus. Gut, versteckst du sie dann dort? Ich kann sie so unter die anderen drei verstecken. Irgendwie so... Ja. Falte in der Menge in der Muffe und so. Hä, Vivi, wie schlau. Ich habe einen Lastwagen geschrieben. Ja, wahnsinnig schlau. Das habe ich auch geschrieben, aber... Hast du gedacht, das ist zu langweilig gemacht? Ja. Fütungsmittel? Lümmel zu klein. Oha! Oha! Ich habe nichts. Clickbait-Titel? Lastwagen-Unfall. Aber das ist nicht... Ist das Clickbait? Nein. Ich weiss gar nicht. Das ist weniger so viel News vielleicht. Und... Snogo beim ersten Date? Lästige Fragen. Hä, du bist so schlau! Ich habe nichts. Okay, okay, okay. Nächste. A. Stopp! Ganz... Jetzt bin ich abgelenkt. Ich muss nochmal... A. Stopp! B. B. Stopp! Nein, nein! Ich habe echt nicht... Ich habe etwas geile. Okay, okay. Also... Schulabbrechgrund? Das ist mega böse. Behindert. Ich habe geschrieben Blind. Das ist eigentlich auch Behindert. Dann Ort zum Leichen verstecken. Bushaltstelle. Ich habe geschrieben Bachofen. Nein! Oh! Oh! Ja! Ein Verhütungsmittel? Das beste Stück verloren. Puh! Ich habe schon mal Pop den Bauch mal unter die Hose. Ich fand es super geil. Für so... Wow! Die würde ich alle. Clickbait-Titel? Blitz eingeschlagen. Eskalation. Ah ja. Du schreibst mir so die News-Titel, ich habe geschrieben... Achtung! Blindzeichnen. Absoluten... Absoluten Clickbait-Titel! Du hast es verlinkt. Es ist da. Shit. Und das Letzte. No, geh beim ersten Date. Ah, ich habe es nicht. Ah. Ich habe geschrieben bei 3 am selben Ort. Wow! Ah! Ah! Ich will die Gitarre spielen. Ah! Stopp! Coo! Nein! Scheisse! Stopp! Ah! Wow! Stopp! Nice, nice, nice! Gut, gut. Schulabbruch. Absolut kaputt. Es macht Sinn. Ich kann geschrieben Astronaut werden. Gut, vielleicht musst du nicht in die Schule. Es macht eigentlich gar keinen Sinn. Nächste! Äh, Ort, um eine Leiche bestecken. Ahren. Der Fluss. Ah! Ich habe geschrieben Ameisenhaufen. Du wirst so... 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 Ameisenhaufen. Oh mein Gott. Fühlungsmittel. Arm statt Pin. Arm statt Pin. Wenn du so einen Arm hast oder so... Also es ist so langweilarm oder es ist... Nein, das ist eine Behinderung, dass die Arm dort wachsen. Aha! Gibt es das? Nein. Okay. Ich habe geschrieben Asexuell sein. Also ich weiß nicht. Ja, dass ich heihe. Sicher. Ja. Clickbait-Titel. Alles geht schief. Ich habe geschrieben A*** Ja oder Nein. Snowgo habe ich kein Snowgo beim nächsten Date. Arschloch sein. Wenn du komplett Arschloch bist, denkst du dann noch Bockerstehen. Wie schlau. Und... Weiss ich. Eigentlich ist. Und ich nicht auf das komme. Ah. Stopp. Wie Hans. Hans. Peace Hans. Geile Sache. Stopp. Schulabbruchgrund. Pan-Corona. Oha. Ich habe geschrieben Hausarrestes Leben lang. Oha. Ein Ort, um einen Eichel verstecken. Hafen. So. Rein. Rein. Schiesse in den Hafen so. In den Hafen. Ah, ich habe eine Harfe verstanden. Ich habe eine behinderte Tankstelle. So, ich habe einen Abfall. Oder du willst sterben. Ja. Ein Verhütungsmittel. Ein Haarbusch. Haarbusch. Ich habe es gleich geschrieben. Haar so viel als Busch. Also ich nehme so ein Haar. Ja. Weisst du was ich meine? Ja, vielleicht hast du ja so viel Haar in dir. Das nehme ich mal. Ob ich es gesehen habe oder so. Dass du es immer durchkommst. Okay. Wir lassen das Thema. Glückwunsch, dann habe ich nichts. H. Meine Jungfröhlichkeit verloren. Ja. Und ein No-Go beim ersten Date. Halb anzogen. Ich habe geschwürt die Hosenladen offen. Ja, verdammt ein No-Go. Ich will gleich wieder nach Hause gehen. Ah. Stopp. P. Ah. Geil. Wild. Okay, gut. Ein Grund zum Schulabbrechen. Platzmangel in der Klasse. Wo weisst du es? Oh, ja. Und du wirst es raus. Oh, ja. Ich habe geschrieben, physikleistungen sind scheiße. Ja. Ein Ort, um eine Eiche zu verstecken. Pool. Ich habe eine Plastiktasche von den Orten. Das ist ein so schlimmes Zeug. Ein Verhütungsmittel. P ist zu gross. Präservativ. Präservativ. Präservativ? Was ist das? Ein Verhütungsmittel. Vielleicht ist es nicht ein Wort, aber es ist ein Ausdruck. Schau. Wenn man Präservativ schreibt, kommt das. Aha. Ein Klickbetitel. Paddeln in der Mitte des Ozeans. Periode mit Neuem. Wahnsinn. Und ein No-Go beim ersten Date. Fett auspacken. Ja. Das ist schon so. Ich habe geschrieben, Poloshirt, was sehr eng ist. Last one. A. Stopp. C. Stopp. Gut, okay. Schulabbrechgrund. Cool sein. Man ist zu cool, um weiter in die Schule zu gehen. Ah, man ist schon. Also zu cool. Ich habe geschrieben, chaotisch in Person. Ort, um eine Leiche zu verstecken. Container. Ah, logisch. Ich habe geschrieben, Kindergarten. Pädophile, Alter. Oh mein Gott, als Kind müsst ihr das einfach nicht finden. Ein Wütungsmittel. Schatzrugheirte. Ah. Ich habe geschrieben, ich kann nicht gut küsse. Ja. Klickbetitel. Crazy Clown Challenge. Ich habe etwas mit Clown. Und zwar, Clown steht vor Haustür. Ja. Ja. Und das No-Go beim ersten Date habe ich nicht. Ich habe geschrieben, Kaffee ausspulzen. Oha, wie schlau. Ich bin einfach zu voll. Ich bin einfach zu voll. Ich bin einfach zu voll. Ich bin einfach so voll ins Gesicht. Das ist voll ungeil. Peace. Das war es. Peace vor allem. So, das war es schon wieder mit unserem Video. Wir haben auf seinem Kanal noch ein Video getragen. Können wir jetzt gerne vorbei schauen. Geben doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und vergessen nämlich mich und ihn zu abonnieren. Und die Glocke aktivieren. Ja, du kannst auch zeigen, wie du es machst. Da war es schon wieder. Das war's. Das war's. Komm schon, mich zu sehen. Tschüss. Tschüss!